Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Die Macs mit dem M1 Chip, die sind ja seit ein paar Tagen auf dem Markt. Ich habe übrigens hier auch schon seit heute, seit wenigen Stunden, mein Testgerät erhalten, auch mit dem M1 Chip. Es wird dazu auf jeden Fall auch noch einige Videos hier auf dem Kanal geben, aber heute soll es mal um die nächste Generation gehen, also um die iMacs, um das 16 Zoll MacBook Pro und so weiter. Da gibt es nämlich einige Gerüchte und Leaks, denn aktuell sind ja bis jetzt nur drei Macs mit dem M1 Chip ausgerüstet. Einmal der Mac Mini, das MacBook Air und das MacBook Pro 13 Zoll, also eher so die Einsteigergeräte. Und falls ihr euch mit dem Thema schon so ein bisschen auseinandergesetzt habt, vielleicht schon so ein paar Videos auf YouTube angeschaut habt, dann habt ihr bestimmt gesehen, dass der aktuelle M1 Chip wirklich ein Performance Monster ist und andere Macs, die deutlich mehr kosten, zum Beispiel auch das 16 Zoll MacBook Pro in die Knie zwingen und fast dieselbe Leistung haben. Klar, hier und da sind da auf jeden Fall Unterschiede, aber wenn man das Ganze mal vergleicht für den Preis, was man da aktuell so bekommt und was man für ein paar Jahre ausgeben musste, um diese Leistung zu erhalten, ist das wirklich richtig heftig. Und da gibt es natürlich schon einige Gerüchte, auch zum M1 X Chip oder zum M2 Chip, je nachdem, was die nächste Generation dann so sein soll, also für die Hochperformance Macs. Ich werde es in diesem Video einfach M1 X Chip nennen, da man einfach weiß, was gemeint ist. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, was es so für Gerüchte gibt, denn aktuell sind wie gesagt nur drei Macs da und ich bekomme auch schon sehr oft die Frage gestellt, wann kommen denn die neuen Macbooks, wann kommt das 16 Zoll Macbook mit dem M1 Chip und laut aktuellen Gerüchten muss man sich noch so ein bisschen gedulden. Denn laut dem bekannten Lika Mingshi Q heißt es, dass diese Geräte erst in der zweiten Hälfte 2021 auf den Markt kommen könnten. Das bedeutet so ab Juni und was ist so im Juni immer bei Apple? Ja, die WWDC. Das ist ja immer so das Event für Entwickler und die Entwickler arbeiten natürlich auf dem Mac. Somit ist es natürlich dann auch plausibel, dass Apple im Zuge dieser World Wide Developer Conference dann neue Macs präsentiert. Das haben sie ja auch schon öfters mal in der Vergangenheit gemacht. Deswegen könnte man auf jeden Fall davon ausgehen, dass nächstes Jahr im Juni auf der WWDC wir zum einen ein neues 16 Zoll Macbook sehen werden, eben mit diesem M1 X Chip und womöglich auch ein neues 14 Zoll Macbook. Denn womöglich wird es hier ein Redesign geben bei diesen beiden Geräten. Das heißt, wie auch damals hat das 16 Zoll Macbook entstanden ist, aus dem 15 Zoll Macbook könnte jetzt das 14 Zoll Macbook aus dem 13 Zoll Macbook entstehen. Wie gesagt, mit so ein bisschen dünneren Displayrindern. Laut Mingshi Q soll es hier, wie gesagt, ein kleines Design-Upgrade geben. So ein kleines Industrial Design kann man auf jeden Fall gespannt sein. Da kann man natürlich jetzt aktuell noch nicht so viel zu sagen. Da gibt es natürlich noch keine großen Informationen. Aber an dieser Stelle zeige ich euch hier einfach mal ein Konzept, wie es aussehen könnte. Das MacBook-Design kennen wir jetzt ja schon seit einigen Jahren und wenn das mal wieder so ein bisschen frischer sein könnte, vielleicht mit dünneren Displayrindern, eventuell Face-ID bei der Kamera. Ah, das wäre auf jeden Fall ganz nice. Ich würde mich darüber auf jeden Fall freuen. Dann gibt es noch eine ganz interessante News von AdLoveToDream auf Twitter. Das ist ja auch ein sehr zuverlässiger Leaker. Und er hat gesagt, es wird nicht nur die M1-Variante bei den Macs geben, sondern auch eine Intel-Variante. Ja, kann ich mir aktuell, muss ich ehrlich gesagt sagen, eher schwieriger vorstellen. Es kann natürlich auch sinnvolle Gründe haben, zum Beispiel, dass manche Entwickler halt einfach diese Intel-Umgebung benötigen für ihre Apps beziehungsweise die exkennende Grafikkarte dann nur mit den Intel-Chips funktioniert. Wie gesagt, das sind nur Mutmaßungen. Kann ich aktuell nichts Genaues zu sagen. Da muss man einfach abwarten. Dann ist aber in den letzten Tagen noch ein neues Patent aufgetaucht und das dreht sich um die Touchbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Touchbar nutze ich super selten. Wie sieht es da bei euch aus? Nutzt ihr die Touchbar oft? Ich weiß nicht. Ich nutze sie ab und zu vielleicht mal, aber richtig selten. Und man könnte definitiv deutlich mehr damit machen. Aber das Patent besagt, dass Apple wahrscheinlich plant, Force-Touch in die Touchbar zu bringen. Force-Touch ist ja diese Technik, dass man einfach fester aufs Display drücken kann und dann spürt man so ein Feedback. Hat Apple ja aus sonst allen Geräten jetzt komplett verbannt und durch Haptic-Touch ersetzt. Also einfach länger drauf drücken, nicht fester drauf drücken. Aber vielleicht kommt das ja beim MacBook dann wieder zum Tragen. Wir kennen es ja auch so ein bisschen vom Trackpad von MacBook. Da ist es ja ebenfalls so. Und wenn man bei der Touchbar ebenfalls so ein kleines haptisches Feedback haben würde, wäre das, denke ich, mal ganz praktisch. Wie seht ihr das? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und die letzte Info, die es hier zu den MacBooks noch gibt, ist, eventuell kommt Mini-LED. Ob das Ganze bei den 14 Zoll oder nur beim 16 Zoll Modell ist, kann ich aktuell auch noch nicht genau sagen. Aber laut Ming-Chi Kuh heißt es, dass Apple halt in diese Richtung auf jeden Fall etwas plant. Auch zum iPad Pro nächstes Jahr. Und es wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, wenn jetzt auch Mini-LED beim MacBook dazu kommt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es noch ein Jahr länger dauert. Nichtsdestotrotz ist es dann natürlich nochmal stromsparender. Weiter geht es dann mit dem Thema iMac. Und ich habe mein iMac jetzt gerade nach fünf Jahren verkauft. Und er hatte eigentlich auch vor fünf Jahren dasselbe Design, was heutzutage noch verkauft wird. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr lange Zeit, finde ich. Da ist definitiv mal wieder Zeit für ein Redesign. Und ich zeige euch hier mal so ein paar Konzepte, wie es aussehen könnte. Auch das ist natürlich nichts Bestätigtes. Wie gesagt, es ist ein Konzept. Aber ich muss sagen, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Wir haben etwas dünnere Displayränder. Generell ist der ganze Formfaktor dünner gehalten. Und dadurch, dass wir jetzt dünnere Displayränder haben, kann bei einem selben Formfaktor das Display größer sein. So könnte zum Beispiel aus dem 21,5 Zoll Modell ein 24 Zoll iMac Modell werden. Und aus dem 27 Zoll Modell ein so ein etwa 32, 32,5 Zoll Modell. Und hier gibt es auch schon so ein paar weitere News, wann wahrscheinlich der nächste iMac kommen könnte. Manche sagen, vielleicht kommt ein 24 Zoll bzw. das kleinere iMac Modell schon in einem März Event oder in so einem Online Event mit Press Release. Ich denke, es wird eher frühestens auch auf der WWDC kommen. Der 27 Zoll bzw. der größere iMac, der kam ja generell immer gegen Ende des Jahres. Und so könnte es dann wahrscheinlich womöglich auch bei diesem iMac sein. Also eher Ende des Jahres die größere Variante. Vielleicht, wenn wir Glück haben, schon bei der WWDC die kleinere Variante. Ich habe ja noch gar nicht so viel zum M1X Chip gesagt. Aber auch hier gibt es schon so ein paar Gerüchte. Womöglich soll das Ganze eine 12 Core CPU sein mit 8 Performance Cores und 4 Low Efficiency Cores. Im Moment haben wir 4 Performance Cores und 4 Low Efficiency Cores. Also das ist, denke ich mal, dann nochmal ein deutlicher Step nach oben. Wie gesagt, wenn wir uns einfach mal die Benchmarks des aktuellen M1 anschauen. Und wenn wir dann das Ganze so ein bisschen hochrechnen auf den M1X, das wird ein wahres Monster. Also da bin ich auf jeden Fall super gespannt, was so die Power bringt. Zu guter Letzt ist dann noch eine Frage und zwar, wie löst Apple das Ganze mit der Grafikpower? Denn aktuell kann man ja beim iMac noch verschiedene Grafikkarten auswählen. Ist das Ganze dann ebenfalls im Prozessor implementiert? Oder hat Apple vielleicht einen eigenen externen Grafikchip? Dazu kann ich aktuell auch noch nicht so viel sagen. Aber diese Frage muss man sich dann natürlich auch irgendwie stellen. Gerade für die Leute, die halt wirklich extrem viel Grafikpower benötigen. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal am Ende des Videos angekommen. War vielleicht heute so ein bisschen technischer und natürlich eher auf den Mac orientiert. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich doch gerne, um keine weiteren Videos zu verpassen. Also bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.